Die Coruscant Festung ist von ihrem Aufbau und auch von ihren Preisen komplett äquivalent zu der Drum und Kars Festung. Das heißt auch sie kostet 5000 Credits und beinhaltet in ihrer Standardaufführung diesen Startraum, einen Raum rechts, einen Raum geradeaus und diesen Flur. Von dort aus geht es gerade in die Garage, auch die kostet 250.000 Credits. Die Treppenhäuser links und rechts sind jeweils für 10.000 Credits zu haben. Der große Hauptraum mit dieser riesigen Fensterfront kostet 25.000 Credits. Von ihm geht noch ein Raum nach hinten ab, auch der kostet 25.000 Credits. In dem haben wir jetzt wiederum drei abgehende kleinere Räume, die jeweils 40.000 Credits kosten. Und der letzte Raum ist dann der Außenbereich, der große Balkon. Der kostet eine Million Credits. Und in Summe kommen wir dann auf denselben Preis, den auch die Drum und Kars Festung kostet, nämlich 1.445.000 Credits.